Der frühere Bundesminister für Wirtschaft und Energie der CDU, Peter Altmaier, war gestern Abend in Reutlingen zu Gast. Der Grund? Die ESB Business School der Hochschule Reutlingen hatte zu ihrem alljährlichen Wirtschaftsforum eingeladen. In einem gut gefüllten Kulturzentrum Franz K. diskutierten die geladenen Gäste unter dem Motto Deutschland 2030 Global Player or Global Loser Fragen wie Welche Rolle spielt Deutschland im aktuellen Weltgeschehen und wie sieht die Zukunft der Bundesrepublik auf der globalen Bühne aus? Das ESB Wirtschaftsforum ist eine öffentliche Podiumsdiskussion, bei der aktuelle Themen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft diskutiert werden. Sie wurde 1996 gegründet und wird jedes Jahr von Studenten organisiert.